hallo und moin moins oder neuen folge neun folge chaos wir fangen neu an und zwar mit dem chris hallo und mit dem super sweeten tollen bei tim so wir sind ja auf einer survival von dennoch mit 1.8 wir spielen ja zusammen aber so nicht ja nicht gleich am anfang zu sterben ja wo wollen wir uns hinbauen ich hab mir keine ahnung ich hab gesagt weil wir gerade so schön auf dem baum stehen nimmt sich jeder einen baum und baut sein gericht nach unten haben wir schon mal holz sehr gut das dauert voll lange ja die gute alte handarbeit ich muss auch haben das musst du aber erst einmal sein inventar wo auch geile oh mein gott ich kann es gut glauben wir werden es nicht leben auf dem land die kühle oder ich glaube ich habe mich an die erde ich brauche mir gleich ein survival paket weil ich schon ein paket besteht einfach nur auf einer holzplatte ja ne schwert auch noch also hier bleiben wir sowieso nicht oder ne aber ich habe ich habe mir jetzt vorsichtshalber ein schwert ja dann kann ich ja hier irgendwo ein bisschen stein aufbauen gehen oder ne ja random kannst du mit öffnen na komm so sehr schön da habe ich auch mal eine spitze kommt mit spüren aber okay das ist sowieso mein paket gebaut hast du an mir das ist nicht wenn ich bin ich bin ich kann gut sehen ja ich kann ganz ich kann gut sehen ich habe ein baum vor meiner auge im nix und wie die neue er wird schon mit dem Ressenten bleibt bei uns krieg erhält sich schaffst es und mit die abrufen ist am abrufen die hohen bisher bisher in der Ecke über die Prozent Euro mit dem Ort Akkurs Menschen schickern zu können werden auch nicht lieften auch nicht nur das ist ein Licht der Planeten in der Nähe der Zutaten und die Papel und auch auf die Warnpapel waren planlos und sind auch hier auch noch was und was und haben Spaß an nur mit dem Ort Prozent Prozent Blatt mit Kunst da ich Prozent ich verdreue ihm würde ich ein erstes ich verdreue nicht ich gucke es mal mich kurz Schweine finden aber eben ein bisschen wochen ganz schön geworden Kuh und Kuh und ich habe auch ein Stress Prozent und schicken ganz ruhig ganz ruhig ich bin überhaupt die ob der irgendwo zu einem neuen ein ein das ist mir nicht nur ein paar wenn wir wollen mit Schwerter wenn wir dann noch über er immer noch so lief welche durchschnittlich und einstieg und einstieg abgaben als wir sie und drücken ein bisschen als sie es ist leichter glaube ich mal in der Ferne Prozent für das ist ein Punkt dass ich bin hinter dir es sollte nicht so ein Kind in die Schöne für zwei Teck Nein, ich bin bei den großen Baum. Hast du gesehen, was kann man damit machen? Hat das irgendwie was Besonderes, besondere Eigenschaften? Nö, das ist einfach nur Stein, das anders ausschaut. Das ist einfach 1.8 Stellen. Das ist 1.8 Stellen. Oder ist ein Abfall. Ich sag nur letzte Folge, ne? Oh, da liegt was Süßes. Ja, bin ich da. Oh, da ist Chris. Dieser Wald ist schön, aber ist er auch gut? Ja, ich stelle mir gerade einen Wasserfall vor. Einen glänzenden Schein. Oh, verdammt. Oh, wir haben Schwein. Wir haben Schwein. Wir haben Schwein, da ist ein Schwein. Weil wir jetzt genau wie der letzte Folge diese Flachwitze anfangen, oder was? Ja. Ja, das hat kein Schwein gehabt. Creeper. Wir sollten uns jetzt bei Chris treffen. Und dann Chris treffen. Warte mal, du hast gerade gesagt, du sollst bei Chris treffen und Chris treffen. Wo ist denn das Chris denn? Weiß ich nicht. Ich stelle hier rum. Hallo. Hallo. Ich warte, warte, wenn ich mich verstehe. Bist du? Weiß ich nicht. Äh, geil. Guck mal, ob es auf dem Web drauf ist. Points, points, points. Warte, ich hab dich doch hier eben da einfach mal noch. Das ist doch ein paar Jahre. Was ist Private Box? Hallo. Hey, man kann sich nicht so wie ich es nicht teleportieren. So, wir sollten jetzt irgendwo hingehen? In welcher Richtung? Ja, ich glaub da hinten war der Wald zu Ende. Ja, okay, dann lass uns da hingehen. Ja, aber ich kann nicht mehr spritten hier. Ich auch nicht. Komm Chris. Das wünsche ich. Möchtest du ein Raw Chicken essen? Ja, ich kann schon noch spritten. Ich hab hier eigentlich... Äh, nee, ich war da nichts anderes. Doch, ich kann nicht mehr spritten. Ich muss langsam laufen. Ich muss ganz, ganz racht. Ganz, ganz racht. Dann muss ich laufen. Dann lass uns doch eben in den Ofen gehen. Ja, genau. Ja, ich hab kein Fleisch mehr. Aber... Ich hab noch Fleisch. Also, so ein bisschen Sput und ein bisschen Hütchen. Hühnchen, Roast Beef, Pilze. Ja, ja, einfach... Alter, hä, wie hast du denn... Was hast du denn auf der Scheiße drauf, Alter? Warum hat der... Gebrannt? Äh, wegen dem nicht. Achso, was ist ein Zombie? Äh, nee, Skelett. Skelett, ja. Oh, ja, guck mal. Da ist eine Höhle. Wollen wir nicht in die Höhle gehen? Nein, 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 nein. Nicht in irgendwelche Höhlen gehen. Nö, 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 nö. Wollen wir hier nicht eigentlich so... So, die Lichtung hier vor uns einfach nehmen und hier bei uns? Ja, die ist super übersichtlich. Boah, hier ist, hier ist Wasser. Ja, und du hast halt, du hast jetzt nie, nie ein... In den Spielen und du hast hier halt ein Wasser kapiert, wo wir uns farm bauen, also nicht ganz gut. Also falls man es nicht sieht, hier spiele ich mit Shader. Oder ich spiele Shader. Naja, ich auch. Ja, cool. Ich bin ein Farmer, lieber auf dem Love-Band-Gruppen, ne? Ich bin ein Farmer. Hey, hier ist Hummel. Oh, lecker! Bauen wir einen Druckkopf, dass wir jeden, für jeden, irgendwie... Alter, sieht der Hase creepy aus, ne? Ein großes Haus oder jeder für sich? Jeder für sich ein kleines Haus. Okay. Ey, ich hab, äh, was kann man mit Rabbid-Hide bauen? Also sprich, äh, Rabbid-Fell. Ne, was? Mit Rabbid-Fell. Weiß ich nicht. Ich glaub auch Rüstung. Auch Rüstung? Ja, ich bin ja. Ich baue jetzt erstmal für uns ein Feld. Hier ist noch ein Hase. Geil, guck mal, jetzt sind wir weggegangen. Ja, komm her. Oh, ich hab hier Raw-Habit. Raw-Raw-Raw-Raw-Raw-Raw-Raw-Raw-Raw-Raw-Habit. Ja, Mann, du kannst ein Gemeinschaftsfeld erstmal anlegen. Ja, mach ich ja. Also das Feld ist gemeinschaftlich. Okay, okay. Komm her. Komm her. Der hat mir nicht gedroppt, Doktor. Braucht ihr Pilze? Nein, nein. Boah, geil, Pilze? Äh, Pilze sag ich schon. Ich meine, ähm, Pumpkins. Ach so. Die können wir anbauen. Also Melonen, ja, aber Pumpkins. Aber man kann doch so Pumpkin-Kuchen machen, ne? Man kann Pumpkin-Kuchen machen oder man kann sich dagegen, äh, durch, äh, Vondermans schützen. Ja, das braucht ihr die Anbau und da reicht mir drei Stück. Äh, also ich wollte nur sagen, äh, ich möchte Schlachter werden in dem Projekt. Was? Schlachter werden. Hatten wir hier so einen Job-Verteilung? Alter, wer hat das schon so wie das Seeds? Ich? Ich? Warten zwei Knochen wie auf, dann kann ich hier schon mal ein bisschen... Äh, ich hab dich schon rufen oder so? Ja, ich bin davon. Aber keine Holzkohle, ne? Nee. Weil ich hab hier ein bisschen, äh, jam jam jam. Brauchen wir mal eine Kiste für euch. Kein Vollvoll. Harte Vollvoll. Harte Vollvoll. Die sind auch gleich, die sind. Harte Vollvoll. Harte Vollvoll. Harte Vollvoll. Harte Vollvoll. Spongebob. Ja, dann baut doch an. Harte kein Ding dafür. Harte kein Ding dafür. Harte kein Ding dafür. Harte, du. Entschuldigung, dann baut dich. Was macht das Ding? Es gibt keine Schnee, wir haben keine Schafe gefunden. Also, hatten wir jetzt eigentlich nicht langsam schon? Also, wir können auch Spinnen suchen. Wir brauchen sechs Spinnen. Wir haben noch zwei Essenskohle, ne? Wir müssen langsam mal irgendwas suchen, was... Äh, was... Ah, da hinten ist ein Schaf und zwei Schweine. Ja, dann töte das Schaf. Bin dabei. Die Schweine nicht hin. Ist ein Vollidiot. Ey, es ist nur eins. Das andere können wir noch benutzen. Hier, bitteschön. Ja, schön. Ich schenke es dir. Welchen willst du das jetzt züchten hier? Wer hat da... Wo bist du? Warte, warte, ich teil das Schaf. So. Ey, du hast beide Hälften genommen. Das ist unfair. Der, der desto teilt nicht. Hier, Tim legt schnell dein Zeug, was. Oh, oh, oh. Wir gucken mal, Schuhe. Ruhig? Abfängt sich einfach an der Zuzur zu bauen. Oh, mein Gott. Fehler. Ah. Ich fang mich an zu bauen. Ähm, zum Teufel? Nicht blöd? Bei mir ist ein Fehler. Warte. Ah. So, der, da stimmt's. Ich müsste die Aufnahme nochmal nochmal neustre, also mit ranhängen. Deswegen, wenn ich mal ganz kurz brain-aufkommen. Okay. Ups. Boah, ist so dunkel. Habe ich glatt Angst, dass hier irgendwo ein Creeper rumkammelt. Ohne ein Skelett. Und da ist ein Wolf. Der, der auf den Skelett scharf ist. Das sind mehrere Verwölfen. Ja, aber die Knochen wir eigentlich dafür gerade nicht zu finden, oder? Also, ich muss ja immer mal wieder auf die Zombies draufstehen, damit wir verrotten oder so weiter rausbekommen müssen. Ah, nein, das hat sich aufgenommen. Egal. Sag ich doch unfähig. Hä, 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 hä. Hä, hä, hä. Äh. Hundi, Hundi, komm her, komm her. Oh, put, 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 put. Ja, wer ist ein feines Wauwau? Wer hat ein Wauwau? Ja, ich hab ein Wauwau. Ich will das doch nicht vertreten. Das war dann wohl die Antwort auf meine Frage. Ich habe noch genug. Was ist allgemein? Wow. KM das war ein bisschen was er studiert heute weil ich in der Bewerbungen wo ich höre ich will die Uhr noch mehr so ist es gemacht aber ich möchte sich keiner wird man schon gemacht habe ich bin gerade nicht Prozent dabei mit der Führung zu gucken wie es für die Mannheim die und wir haben ein bisschen Halskuhl noch gebackelt auf Ecke und Schimm Niemand darf mein Hund töten Junge der Mond scheint zu schön ich tue mal lieber mein Hund ins Haus Hoh, ne Spinde! Komm her, komm her! Kein Faden Oh ne Kuh Hm, da ist irgendwas falsch So, ich baue mein Haus jetzt hier erstmal so, dass es nach nichts aussieht einfach nur Scheiße aussieht ja Wow! Ist gelönt! Ja, ja noch mehr Knochen Wo kriegen wir denn jetzt hier erstmal Stein her? Das soll ich gar nicht die Garten würde fragen, oder? Stein? Weil ich will dir jetzt nichts für unwüsten Naja, Kappelsdor Der kraft, kraft doch an den Boden Ok Irgendwo Äh Ja, was wollte ich jetzt machen? Ja, was wollte ich jetzt machen? Vielleicht mal unser Feld auch, damit wir bleiben nicht Das einig Deckdreht 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 irgendwo. So warte mal. Genau, ich baue jetzt noch schnell eine Crafting Table, damit ich hier unten gleich mal einspauen kann. Oh, ich habe die Heikole auch noch gefunden. Das ist ja grandios. So, eine Spitzhacke. Ist Hacke? Eine Spitzhacke. Ist Hacke. Ein ganz Spitz. So. Klasse. Ist das stark. Boah, ist ja Eisen, 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 Eisen. Dann können wir jetzt in Zukunft die scharfe Scheren, die wir finden. Wäre ja gar nicht so gut, ne? Anstatt sie einfach zu töten, weil du kriegst ja schon bei einem Schaf, kriegst du ja schon teilweise zwei bis drei Wolle. Oh, ganz viele Kohle. Habe ich doch gesammelt, dass wir jetzt auch mal ein bisschen upgraden hier. Kein Downgrade. Ne, ne. Habe ich nie nötig hier. Ich, wie ich bin. Ich weiß es nicht. Chris. Ich weiß. Chris. Chris. Nichts. Ich werde sechs Minuten bringen. Ich weiß. Ich geb ja, ich geb ja, ich geb ja Vollgas. Oh nein, wir gehen das nicht. Ich gebe Vollgas. Ey, wir freuen uns auch hier. Ja. Also Eisen haben wir doch gar keins gefunden, haben wir. Ach du Scheiße. Oh fuck. Ich hab ja gar kein Essen mehr. Ich tu mal ein bisschen Kohle. Solidarisch hier rein. Ich hab noch ein bisschen Holzkohle. Ja, ich hab jetzt ein bisschen Kohle, was ich gefunden hab, rein. Ach so, okay. Ja, okay. Gar nichts gefunden am Brustlossen. Ich hab ja auch so ein 1,8er Block. Gar nichts braucht man auch nicht, ne? 1,8er Block? Ja, ja. Sind alle nur Deko, ne? Ist alles nur Deko, ja. Ja. Das ist unser neuer Time-Manager, der genau auf die Zeit guckt das mal. Ne? Ich bin nicht. Ich hab gerade verstanden, der neue Time-Manager. Ja. Der Time-Manager. Der Time-Manager. Der Time-Manager. Uh, Skeletz da hinten. Ein brennendes Skelett. Ein brennendes Mini-Zombich. Bei so einem Lachstum. Uh, hier ist ne Höhle. Ey, ich hab das Einzige, das bei mir erst rausgesprungen ist, ist Kabelsturl. Ja, ich hab nen Zombie getötet und der hat instant Eisen getroppt. Alter, so ein Farm. Und ich hab jetzt so viel Eisen gefunden jetzt wieder. Ich hab noch gar nicht gefunden, ob ich schon Lava. Das ist ja ein Gemeinschaftsspiel. Das heißt, alles was ich finde, kriegt ihr nicht. Ähm, kriegt ihr auch. Ja. Und ich hab mein braves Wauwau, das mit dabei ist. Der passt immer schön auf mich auch. Und auch die Letzten in die Ersten sein, ne? Das ist ein Gemeinschaftsspiel. Doch. Wir leben in einem größchen schönen Weg, ey. Dann hauen wir bitte. Ach genau, ich wollte eigentlich Holz formen. Bis ich einen brennenden, brennenden Zombie gesehen hab. Ich bin ja eigentlich gerade mega produktiv. Wisst ihr das? Wir sind mega produktiv? Nein, ich. Nein ich. Okay. Ach und wir nicht. Ne, ich, ich, kann sein. Ich, ich weiß jetzt nicht was wir… Was, me, ich, ich, ich weiß jetzt nicht was wir… Chris ist krank. Das ist jetzt klar. Ha? Das ist ja jetzt falsch. Ach hier oben war auch Eisen. WTF, Viking Nummer Zaun? Bin ich jetzt dumm? Mit Sticks und dann eine Sechse rein. Ja ne, das funktioniert ja eben nicht. Das ist es ja. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Wart mal so ein bisschen Eisen. Halt die Lege. Jetzt sind wir jetzt gelackt. Ich glaube in 1.8 ist das ein bisschen alles ein bisschen unniss. Hm. Oh das waren Babyhase. Wir hatten nichts überhaupt. Schade. Dafür kriegen wir ein bisschen Rabbit-Fleisch hier. Soll ich nicht mehr eben ein Gehege für die Schafe bauen, dann kann ich das hier reinlocken. Ja, ich will ja gerade eins bauen, aber ich kriege hier keinen Zaun zusammen. Hm. Was ist denn das? Was ist denn das? Ernsthaft, das Getreide-Docke mal mega random einfach nur noch. Kann das sein. Private Fox left the game. Ja, kriege ich wieder. Musst du nur reinstellen. Bin ich jetzt doof? Wieso geht das nicht? Wir sind die Wonder Pets und helfen dir. Ja. Ja, ich hab's rausgefunden. Okay. Zäune ist jetzt genau so in der Mitte. Zwei Sticks, also oben und unten. Und links und rechts Holzblöcke. Was ist das jetzt leid oder was? Ja, scheinbar. Cool. Ja, okay. Ach, gleich bin ich wieder dabei. Oh, David. Was zu essen? Ja. Ähm. Mal ne Schere, dann ist das Schafe. Und die geht weg. Oh. Dann geh ich mit dem Stroh. Ich will noch das Schafe immer hier und gehen. Hab ich Stroh? Ich hab Stroh. Ich hab irgendwo ne Kuh gesehen. Da hinten ist die Kuh. Haben wir erstmal alle in eine Gehege packen? Nö. Komm, 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 komm. Wut, wut, wut. Ja, wer ist ne brave Kuh? Ja, wer ist ne brave Kuh? Ja, du bist ne brave Kuh. Ja, komm, ja, komm. Ja, schön wie du schielst. Ja, du bist ein schlaues Küchlein. Komm, komm, komm. Küchlein. 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 Die Tür ist offen. Du Dreckskuh, du sollst da rein! Küchlein. Das geht schon. Wie macht man dann... Achso. Ne. Wie macht man... Komm, komm, komm. Und wie macht man dann... Auf jeden Fall 22 Minuten. Und wie macht man dann das Zaun vor? Kuh, Kuh, Kuh. Komm, ja, komm. Kuh. Kuh. Und? Äh, Philipp. Ui, 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 ui. Nimmt das auch ein Whiscreen auf? Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her, Bro! Ich freu mich! Und? Was macht ihr da? Komm her, Bro! Ich hau dich kaputt! Philipp hat grad seinen, äh, seinen Moment. Ach, der, der hat grad seine... Ja, gut. Ich lass mal hin. Ja, Philipp? Kuh, Kuh, komm, komm. Juck, 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 juck. Nee, hier, komm. Komm. Die Kuh interessiert sich nicht! Soll ich dich jetzt schieben? Schieb die Kuh. Ey, die... die Kuh juckt das nicht. Jetzt, 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 jetzt juckt es. Jetzt hat sie wieder Hunger. Wir fressen es. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt hat er keinen Bock mehr? Komm her, na komm. Ja, komm. Komm rein hier, ja. Berta, Berta, komm mit. Ey, nee, Berta ist das Schmein. Raauf. Ich will hier nicht weiter. Ich komm von hinten. Ja. Berta? 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 Ja, Berta. Berta, folg mir. Berti Fuchs, komm. Komm, Berti Fuchs. Komm. Ja, hab direkt zwei Wolle da rausgekommen. Ja, aber... Kuh? No, Kuh? Jetzt bräuchte ich nur was zu essen. Hat jemand was? Essen? Nee, hab ich... Nein! Du trägst viel. Du sollst nicht wieder rausrennen. Warte, das ist eine Kuh. Ich glaube, ich töte die. Nein! Warum meine Zielleiter hier? Der Kuh ist natürlich auch nicht rein. Komm, ruf rein da. Komm, schluss. Komm, schluss. Nein! Nein! Weil Tim im Weg rum stand. Ohne Witz. Äh... Ich? Ich? Ich wollte das Tor setzen und du stehst den Weg. Ja, dann bringen wir die wieder rein. Waffen! Waffen, geh weg da! Lass es! Annegret, geh da jetzt rein! Schieb den Wal! Schieb die Kuh! Annegret! Ich sag's dir, Annegret. Gleich, gleich, gleich. Kein Beifall! Ich hab hier... Ich hab hier Weed, Junge. Die... Die sind jetzt nur Weed. Und... Komm mal nach vorne. Komm mal mit hier. Hilde! Ich glaub, die ist überfordert. Zu viel Gras. Hehehe... Das kennen wir doch alle. Wie die das einfach nicht juckt? Juckt die nicht! Jetzt! 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 Jetzt ist es scharf auf mich! Jetzt ist es scharf auf mich! Komm, Werder! Komm, Werder! Komm! Ja, komm! Gehst du auf Tiere oder was? Ja! Ich bin nicht mehr pädophil, ich bin so... So viel! Komm, komm, komm! Jetzt ist es eigentlich, wenn man auf Tiere steht! Sag ich doch! So viel! So viel! Das sind Schweine! Oh, nein! Und Schafe! Viele Schafe! Und eine Kuh! Du kannst dir noch eine Kuh holen! Wo, wo, wo bist du? Äh, hinter dem Wald und Stück! Also eigentlich nur... Nein, über den Hügel meine ich! Über den Hügel? Da sind zwei! Warte, ich komme jetzt wieder! Gegenlern siehst du mich! Hier, hier, hier! Links, 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 links! Ah, da hinten! Hier! 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 Berti Fuchs! Oh, das sind zwei Schafe! Ja, der ist schon gestorben! Ja, der ist schon gestorben! Ah, jetzt bin ich schon wieder live dabei! Also richtig dabei! Ah, jetzt aber, ja! Jetzt ist er wieder dabei! Ja, jetzt ist er wieder dabei! Jetzt, wo wir fast zwei Zähne sind! Weiß? Ich hab neun Wolle übrigens, ne! Das ist neun Wolle, das ist sehr schön! Ich hab' noch mal verpeiltes Unterfolgen, was wir nicht von den anderen geworfen! Hä? Komm, 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 komm! Komm, komm! Berti Fuchs! Warum folgt die Kuh-Kuh-Folge der... Kuh? 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 Anikret! Anikret hört nicht! Lass sie! Ich mach' nicht wieder rum! Ich brauch' mir ne Leine oder so was, das kriegen wir noch nicht, da brauchen wir was Leinballs für! Ja, aber ich mein' die, das Rabbit-Fleiche, die sind nicht gut, ne? Das ist Rabbit-Fleiche, hallo! Komm' Kuh! Komm' Kuh! Ich hab' so lange gefahren, zwei Minuten, aber es ist mir was wert! Und die Schweine töten wir auch nicht, würd ich sagen, oder? Ach, Schweine töten! Also, ja, okay, wir haben ja die Tür, ne? Ja, ich hab' hier ne krasse, vollfette Hülle gefunden! Dann werden wir hier wieder den Weg rausbohren, dass ich wieder rauskomme! Du! Äh! Ah, die kommen ja nur auf Karotten zu einem, ne? Ey, ich hab' Eisen gefunden! Äh, Chris, werf' mir mal ne Ding runter, ne? Ach, ne, passchon! Das Schaf hilft mir! Ja, schieb' weiter! Ja! Hm, 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 hm! EVP gegen Zombie, komm' her! Ja! 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 Hohoho! Vermeere durch! Hm, hm, hm! Ey, du machst' gerade keine Inzucht, oder? Wieso Inzucht? Ich weiß' nicht mal, ob das sind ... Schwesterchen und Brüderchen ist! Warte, du, ich steh' Sie dir, wir sind ein Bett und dann ... Ach, Chris, schon als ... spon- zu- 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 zuk- zu- 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 zu. Kürtel überwürdig U.G. O.B. P.P. Werb Ex-League-Gruppe der Stichkeller für die Stich die Opel bis morgen gut oder in einem Schlafen und acht weil ich die Nussheit doch den Bomben fällen und ich kann man ich habe mich rechtlich die Klinik mit Wurten Kürtel dem die Ausstattung bei der Bosch Welt ein eigenes aber ich lege nur Tim legt sich nicht hin nun wo wir jetzt raus nur abmoderieren aber ich bin gleichwertig ich hab ich sie gerade einen Fehler in meinem Haus weil die Babykühe können durch das Fenster durch um und schockt es sieht sehr gut aus aber für die Pro-Hammelfleisch nur am ehemal haben wir gleich die kommen kommen auf Schafen kam und den Punkt und das ist so gut aus dem Hohel oder kommen wir doch schaffend sich nur und sieben und okay und gehen würde ich sagen das war es noch 30 Minuten für Hä, sind es 30 Minuten? Ja. Lieber Sandmann, lieber Sandmann, es ist doch nicht so weit. Ich würde sagen, heute ist nicht alle Tage, wir sehen uns wieder, keine Frage. Boah, der muss jetzt ja nicht. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich unser Spätis? Ja, Nesto, soll das jetzt schon heißen? Ja, ihr Leute. Kann ich so... was haben? Tja! Okay, das war's für die Folge heute, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann! Tschüüüüüü!